Yo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 3 in der Classic Edition. Ja, jetzt müssen wir hier eine Uniform beschaffen, aber wir dürfen nicht entdeckt werden hier. So, wir werfen mal einen Stein da drüber. So, geht da drüber. Na los. Ja, 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 geht da drüber. So, ich geh mal weiter. Schönen Tag noch. Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Inflitriere unbemerkt den ersten Höhlenbereich. Okay. Ob das gut gehen wird? Wir sind echt viele Wachen. Niemand töten, bloß keinen Alarm auslösen. Oh, ja, das muss auch mal sein. Fiss einfach weiter, wenn du möchtest. So, bloß keinen töten. Der Typ geht weiter. Nichts als Sand und Wasser und Kruppzeug. Okay. Er geht weiter. Gut. So, wir schauen ganz vorsichtig dick. Ich mach mir ehrlich gesagt, Sorgen wegen der Wache dort. So, Stein da drüber. Schnell. Was war das? Na los. Geht weg, ja. Bitte. So. Mann, ich bin viel mehr wert, als ich verdiene. War vielleicht nicht. Okay, hier müssen wir jetzt irgendwie lang. Wir werfen einen Stein dort hinter. Vielleicht geht er hier lang, ohne uns zu sehen. Ein richtiges Bett, das könnte ich jetzt brauchen. Ich mein, wer braucht heutzutage nicht ein richtiges Bett. Ich hätte auch gerne mal ein Bett. Mein Bett ist ja heutzutage ein Gebüsch. Ah, schon wieder. So. Runter geht's. Da vorne ist nochmal ein Wachmann. Stein dort hinter. Was ist das? Ja. Geh bitte dorthin. Danke. Gut. Jetzt sehe ich gerade keine Wachmänner. Wir sind aber trotzdem vorsichtig weiterhin. So. Weiter geht's. Ich wollte eigentlich dort noch eine Kiste haben. Okay. Super. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also, ich hoffe, der Typ geht dort. Weg. Aber ansonsten haben wir jetzt hier richtige Probleme. Wir müssen ja schließlich hier lang. Mann, wie ich das hasse. Oh, oh. Wir sind echt viele Körper. Die armen Leute, die die umgelegt haben. Okay. Er sieht uns nicht. Okay. Wir sind bald da, denke ich mal. Wir laufen etwas schneller wieder. Wir dürfen halt bloß nicht entdeckt werden. Da laufen zwei Wachmänner. Ich sollte einen besseren Weg finden. Finde einen alternativen Weg zu den Docks. Okay. Ich bin das gefühlt. Dann wollen wir mal. Einer, einen Stein dort runter. Und bei dem laufen wir einfach vorbei. Soweit, so gut. Die Splinter ist noch kurz. Okay. Hier war das Problem, jetzt durchzukommen. Wir sind einige Wachen. Oh, Stein. Gut. Wir gehen. Oh. Da vorne hat uns jetzt fast einer gesehen. Kletterer auf Holz. Schiff. Okay. Wird gemacht. Schnell. Wir müssen auf dieses blöde Schiff. So. Oh, hier. Eliminiere laut aus einem Rekruten und nimm seine Uniform ab. Gut. Hier haben wir einen. So. Komm her. Das sind jetzt meine Klamotten. Die Ärmel verdecken die Tattoos. Sam. Ich bin soweit. Hier steht. Der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster? Denk dran. Sei leichtgläubig. Nichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Okay. Gestattet dem Sölden-Offizier den Ausweis. So. Scannen. Okay. Und los. Heute kommt die Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Aufs Kern vorbereiten. Sauber. Viel Öfter. Nächster. Na los. Bewegt euch. Alles klar. Na los. Na los. Geht durch. Hallo. Bist du sauber? Ja. Okay. Nächster. Alles gut, Foster. Psst. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja. Warum bin ich sonst hier? Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit heute? Heute hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay. Hey, hör dir die Rede an. Hey. Wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. Keine Sorge. Mach ich nicht. Wie geht's? Aber woher würdest du sterben? Ah, meine rotwäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher, musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen, wundervollen Mann, war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Dann brate ich euch auf dem Gelb, bis eure Haut aufplatzt wie ein Fürstchen. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Broucher. Also, ich hätte gerade eine eigene Insel. Und jetzt ein kühles Bier. Okay. Wir sollen das Gebiet hier verlassen. Gut. Aber erstmals schauen wir uns hier noch um. So. Okay. Hier gibt es nichts mehr. Pass auf, Anfänger. Du willst doch nicht verpassen, wie ich Jason Broucher teile. Ah, mein Vorteil heiße. Das ist meine Insel. Mein Haus. Okay. Wir müssen zu dem Schiff dort. Vorsichtig hier lang gehen. Wir müssen hier erstmal irgendwie weg. Ich bezweifle. Die gucken nicht, wenn wir jetzt einfach ins Wasser springen würden. Ja. Aber hier gibt es extra einen Weg. So wie es scheint. Wird eine Sackgasse. Hier. Sehr gut. So. Hier haben wir ein Schiff. Das nehmen wir. Gut. Das hätten wir damit geschafft. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. So, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, bewirken, sprengen oder so. Blassen, Jason. Einer von heute's Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird heute mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Haha. Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten. Weiß ich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Drei Decker. Okay. Wir müssen zu dem alten Tempel jetzt. Wo ist denn der? Da hinten ist der. Okay. Dann wollen wir da mal hinreisen. Wir machen einfach eine Schnellreise hier hin. Und die letzten Meter, dann gehen wir zu Fuß. Es sei denn, es ergibt sich, dass dort ein Fahrzeug ist. Dann würde das natürlich auch passen. Aber wir können auf jeden Fall jetzt unbemerkt hier rumlaufen. Und das ist schon mal ein enormer Vorteil. So. 100 Meter sind es knapp. So. Die Sniper hätte ich hier auch noch. Du bist der Personalliste. Kümmern wir uns um die Hauptmänner. So. Was haben wir denn? Druck, Benzin. Und hier haben wir die Gegner. Okay. Wenn ich das richtig verstehe. Töte heimlich, um unbemerkt zu bleiben. Ja, okay. Das heißt, wir können wohl ganz einfach hier rein spazieren. So, wie es scheint. So. Drei WLPs. Da ist auf jeden Fall einer. Hi. Hi. Erstmal die Scharfschützen hier oben, würde ich sagen. wir holen die einfach alle weg weil die finden ja sonst den körper wenn wir alle umlegen gibt es ja keine beweise denke ich ich bin eigentlich kein record eigentlich bin ich ein wahrhafter killer schon ich bin jason brody ihr solltet eigentlich angst haben vor mir so wem töten wir denn dann mal zuerst dich so gehe rein jetzt bist du dran so da vorne kommt jemand die person müssen wir ausschalten was die eine leiche ist den ganzen abhang runtergerutscht ich hasse euch habe ich euch das schon mal gesagt jetzt ist erstmal der dicke gegner dran 500 erfahrung kommt man ok ok wir wirst du blut das war's für euch habt keine chance so 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 schützt die hauptmänner ihr könnt nicht mal euch selbst beschützen so spritze rein und jetzt ganz schnell den hier durchsuchen sehr gut nichts hier fangt die granate so die nächsten bitte aua war ein guter treffer kollege aber jetzt aber jetzt treffe ich dich noch besser so was war das denn für eine waffe ok das ist die die wir haben ich dachte das wäre diese vektor die ich unbedingt mal haben möchte oder diese andere maschinenpistole so ich bin kein verräter ich war noch nie auf eurer seite so spritze rein der dicke hier will nicht und fallen oder der ist unbesiegbar nein unbesiegbar ist er scheinbar doch nicht so der letzte vip ist hier oben dann holen wir mal von dem die hinweise so ich denke mal der hat ihn nämlich ist er der letzte hier nicht die liste aber was ist das eine notiz ok verlasse das gebiet los geht's schnell weg ja wir haben auf jeden fall auch einen fertigkeitspunkt den könnten wir auch gleich mal benutzen mal sehen vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen neuen takedown den wir freischalten können denn ich hätte irgendwie gerne nochmal einen sam ich war im tempel ich habe alle drei erwischt aber nichts die liste war nicht da das ist sehr schade ja aber ich fand eine notiz sie treffen sich in ein paar tagen scheint wichtig zu sein dann findest du die liste bei dem treffen das montiert mich wieder auf in der zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen willst du vielleicht mitkommen klar wunderbar triff mich an den drogenfeldern ich habe da was zu klären ok an den drogenfeldern sollen wir uns mit ihm treffen da gut da würde ich sagen Leute machen wir das in der nächsten folge von let's play farcry 3 wem das video gefallen hat der kann sehr gerne wie immer eine bewertung da lassen einen kommentar schreiben und mich auch sehr gerne weiterempfehlen das war's haut rein und tschüss